Affe. Das ist doch fies. Affe. Bis mein Schlag sitzt, ne? Halt, Affe. Wie? Wie? Nein, 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 nein. Ach, das macht Feuer. Ach, ist doch fies. Oh, Energie. Aua. Oh, Energie. Warum krieg ich von denen so wenig Energie? Das war die falsche Tür anscheinend. Ach. Heiß, heiß, heiß. Oh, oh, oh shit. Der Endgame-Gegner? Wir sind auch fast im Tutorial, glaube ich. Nein, geh weg mit deinem Feuer. Ja, genau. Genau. Schon warst du wieder tot. Nein. Ich bin tot. Ey, da kannst du viel draus drehen, wie oft ich das schon gesagt habe. So, der hat gesessen. Der mischt uns noch. Ey, du achtest auf diese verfickte blaue Kugel. Entschuldigung. Und dann haut dich die andere weg. Weil die einen Rage-Schaden hat. Äh, Rage, nicht Rage. Ich bin Rage, ja. Also, ich hab ja... Ich hab mich schon drauf eingestellt, dass das Game Hard wird, ne? Aber nur Bosskämpfe. So. So. Ja, du... Mist, Kugel. Nein. 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 Ja. Oh Mann. Ey, die Blau hat uns erwischt. Und jetzt Bocke. Mhm. 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 Junge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein! Ich hab ihn doch getroffen! Heiß, 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 heiß! Ja, nochmal heiß, danke! Ach komm, was ist das denn für ein Angriff? Ey, wie soll ich das denn ausweichen? Wie geht das denn bitte? Ich dachte, ich hätte alles gesehen, Timo. Jetzt kommt ein neuer Angriff, der für mich nicht ausweichbar ist. Und jetzt geht der rechts rum. Warum? Oh, das war knapp. Ja, weich mir aus, danke. Scheiße, blaue Kugel da gerade. Wie will es denn ein Gegner auswendig studieren, wenn er immer wieder was anderes macht? Fynn! Nein, 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 Eis! Kalt, heiß, kalt, reides, tot. Heiß, kalt, tot. Das ist, glaub ich, auch der Grund, warum wir kein Dark Souls spielen auf meinem Channel. Bleib hier, wenn ich die schlagen will. Ei, ei, ei. Ach komm, trifft mich. Oh, wie viel Energie die haben. Ja, schieß ruhig auf mich. Und noch ein weiterer Angriff. Da kommt bestimmt noch eine zweite Welle, ne? Also, sie sich nochmal vereinen oder irgendwas ganz Neues wieder machen. Der trifft aber. Das ist eine Dreckskugel. Nein, nein, sie muss weg. Ich will nur erstmal Energie. Wo war das? Nein. Nein. Okay, durchtaschen. Aber wir sind schon ein Stück weiter gekommen, ja? Also, jetzt habe ich warme Füße, jetzt geht es riesig, ne? Abkühlen. Lass mich doch den... Oh, den Schlag setzen. Nein, nein. Boah. Das hat mich schon fast umgebracht. Mir zu stören lassen. Boah, das nackert an meinen Nerven. Ich werde gleich nicht schlafen können. Das wird mich so natzen, dass ich nicht schlafen kann. Kann man denn so einen miesen Gegner hier reinbauen? Ja, genau in meine Richtung. Stirb doch einfach. Sofort. Auf der Stelle. Ja, jetzt kann er auf einmal vier Bälle schießen. Das hat er vor. Ei. Nein, nein. Und er schießt in meine Richtung. Boah. Ey, das ist so mies. Das ist so mies. Erst diese Folge, dann vereinigen die sich und eine Sekunde später schießt dieser ein Feuerstrahl auf mich. Mann. Ja, fliegt wieder genau in die andere Richtung. Ich hab geguckt, ob ich neu starten kann. Wieso haut der mich denn jetzt weg? Ja. Ich hab mich getroffen. Ich hab mich getroffen. Oh, no. Zeig, was du kannst. Komm. Ja, wieder nur drei Schu... Nein! Das tat weh. Das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Mach das, Juna. Ich geh auch gleich schlafen. Ich hab keine Lust mehr auf dieses Game. Erhol dich gut. Ich hab keine Lust mehr auf dieses Game. Untertitelung des ZDF, 2020